Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Hier ist wieder Ihre Emma Stapel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das Bundeskabinett hat ein Paket zur Asylpolitik beschlossen, das dem Bundestag und dem Bundesrat demnächst vorgelegt werden soll. Doch selbst Unionspolitiker wie der Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Wilsch sind der Ansicht, dass die vereinbarten Punkte viel zu kurz greifen. Im Gegensatz dazu hat der Parteivorstand der NPD kürzlich einen neuen Punkteplan zur Abwehr der Asylflut beschlossen. Mein Gast heute ist Arne Schimmer, Mitglied des NPD-Parteivorstandes, der federführend an der Ausarbeitung des Papiers beteiligt war. Wir haben uns die neuen Punkte der NPD einmal angesehen und Arne Schimmer um eine kurze Erläuterung gebeten. Über Deutschland schwappt eine Zuwanderungswelle bislang unbekannten Ausmaßes. Wird diese Welle nicht gestoppt, droht unser Land in der Asylflut zu versinken. Damit dies nicht geschieht, sind nach Ansicht der NPD folgende Maßnahmen zwingend erforderlich. Erstens, alle EU-Anwärterstaaten müssen zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Die sogenannte Westbalkanroute hat sich als Haupteinfallstor der Massenzuwanderung entpuppt. Wer jedoch die Aufnahme in die EU verlangt, darf sich nicht länger wie ein Schleuserstaat verhalten, sondern ist aufgefordert, die Grenzen zu verteidigen. Zweitens, Zuflucht für tatsächlich politisch Verfolgte ja, aber nur zeitlich begrenzt, als Einzelfallentscheidung und mit Rückführungsvereinbarung. Auch im Sinne der wirklich politisch Verfolgten ist eine strikte Trennung von Asylanten und Wirtschaftsflüchtlingen notwendig. Und wenn die Gefahr vorüber ist, müssen die Menschen in ihre Heimat zurückkehren. Ein dauerhaftes Bleiberecht kann es nicht geben. Drittens, abgelehnte Asylbewerber konsequent ausweisen und mit einer Wiedereinreisesperre belegen. Wer sich unbegründet Asyl erschleichen will, hat in unserem Land nichts zu suchen. Nicht jetzt und auch nicht in Zukunft. Dazu müssen aber endlich die Grenzen wieder wirksam gesichert werden. Viertens, Sach- statt Geldleistungen. Keine finanziellen Anreize für Zuwanderung. Einer wesentlichen Neuerung des sogenannten Asylkompromisses der 90er Jahre muss endlich wieder Geltung verschafft werden. Wir sind nicht das Sozialamt der ganzen Welt. Fünftens, Residenzpflicht durchsetzen, Sicherheit schaffen. Die Residenzpflicht und Regelunterbringung in Gemeinschaftsunterkünften sind für eine bessere Kontrolle während des Asylverfahrens unabdingbar. Straffällig gewordene Asylbewerber müssen rasch identifiziert werden können und haben unser Land zu verlassen. Sechstens, Drittstaatenregelungen anwenden. Ohne konsequente Umsetzung des sogenannten Dublin-Verfahrens wird Deutschland weiterhin Hauptzieland des Asylbewerberzustroms bleiben. Wer über einen sicheren Drittstaat kommt, dem ist nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 Asylverfahrensgesetz die Einreise zu verweigern. Siebentens, Registrierungszentren in Nordafrika, der Türkei und den Balkanstaaten schaffen, um die Weiterreise chancenloser Asylbewerber zu verhindern. Nur durch die Schaffung außereuropäischer Zentren zur Prüfung der Asylberechtigung kann dem Massenzustrom illegaler Einwanderer nach Europa entgegengewirkt werden. Wir müssen die Welle stoppen, bevor sie Deutschland erreicht. Achtens, Artikel 16a Absatz 1 Grundgesetz, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, wird umgewandelt in Die Bundesrepublik Deutschland gewährt Asyl. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Theoretisch können sich mittlerweile mehrere hundert Millionen Menschen auf das deutsche Asylrecht berufen. Ein Umstand, den die Väter des Grundgesetzes nicht erahnen konnten. Das individuelle, einklagbare Grundrecht auf Asyl muss daher durch eine einfach gesetzliche Regelung ersetzt werden, wie es der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach schon im Jahr 2000 vorgeschlagen hat. Der massive Flüchtlingsstrom wurde durch die Zerstörung einstmals funktionsfähiger Staaten wie Syrien, dem Irak und Libyen durch militärische Interventionen des Westens ausgelöst. Wir müssen die syrische Regierung in ihrem Kampf gegen den IS-Terror unterstützen und dir dabei helfen, Flüchtlingslager in der Nähe der Herkunftsregionen aufzubauen, statt Konflikte nach Deutschland zu importieren. Lieber Arne, vielen Dank für die Kommentierung des neuen Punkteplans, dessen Lösungsansätze mir doch wesentlich hilfreicher erscheinen als alles, was derzeit von der etablierten Politik kommt. Vielen Dank für die Einladung zu die STV. Ein wirklich unterstützenswertes Projekt. Danke für das Stichwort. Genau das können Sie tun. Uns unterstützen. Entweder mit einem Abo der Deutsche Stimme oder einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Machen Sie es gut. Bis demnächst.